Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer Informationsfolge betreffend den Landwirtschaftssimulator 22 unsere Multiplayer Projekte genau Projekte haben wir auf einem DD Server so die sich ein bisschen mit der Materie auskennt das läuft im Grunde genommen wie folgt es ist also ein Server auf den eben die Mitspieler darauf zugreifen können der das ganze untereinander synchronisiert so auf diesem DD Server haben wir diverse Ordner zum Beispiel für die Galgenberg die Mods plus die Karte wir haben die Burgenland Kreis wo es demnächst eine Premiere geben wird erster Folge ebenfalls Mods und Karte selbiges gilt für die Oberlausitz weil da eventuell auch geplant ist dass Mitspieler noch mitmachen können also lass mich kurz überlegen die Galgenberg die Oberlausitz und die Burgenland Kreis das waren sie soweit die haben also jeweils eigene Ordner auf dem DD Server und der benötigte wird immer als umbenannt in den als Mods so wird dann vom DD Server geladen der stellt die Modliste zur Verfügung und letztendlich kann man sich dann per Spiel auf ihm einloggen und hier liegt genau das Problem können also auf dem DD Server die Ordner Bezeichnungen ändern wir können den Server starten das Auffinden eines Servers gestaltet sich in letzter Zeit extrem schwierig man muss teilweise bis zu keine Ahnung 20 30 Versuche starten um den Server überhaupt zu finden das ist einmal das Problem Nummer eins wäre aber noch das harmloseste denn es funktioniert ja früher oder später das Problem was wir jetzt aktuell haben ist folgendes wenn wir auf dem DD Server die Daten ändern machen wir das natürlich auch jeweils auch auf unserem Spielerechner genau hier liegt der Knackpunkt nehmen wir an auf dem DD also dedicated Server haben wir jetzt gespielt auf der Burgenland Kreis so und dann sagen wir Mensch wir möchten jetzt noch eine Folge Lieber Winkel machen dann ändern wir den Namen dann stoppen wir den Server komplett ändern den Namen des Ordner Mods in Burgenland Kreis damit ist er raus aus der Nummer und den Ordner Mods Lieber Winkel ändern wir um in Mods starten den DD Server wieder erholt sich die Modliste aktuell raus und stellt das Spiel eben zur Verfügung und genau hier ist der Punkt selbiges machen wir auf unseren Spielerechner und der bekommt aktuell nicht mit dass der Mod Ordner getauscht wird das heißt er sagt uns da fehlt was und obwohl er eigentlich obwohl der DD Server auf dem ich sag jetzt mal im Giants Client angemeldet ist als Galgen als Lieber Winkel zum Beispiel sagt der Hauptrechner ja er muss aber die die Burgenland Kreis drauf das passt nicht er erkennt es werden keine Daten entsprechend übermittelt man kann also nicht drauf interessant ist dann jetzt auch noch ich habe den ich werde das nachher noch mal testen ich habe den DD Server jetzt auch noch mal mit der Galgenberg zum Beispiel gestartet so sagte mir überhaupt keine Verbindung zum Multiplayer Game möglich es ist natürlich jetzt so möglich dass ja denkbar dass durch diesen ganzen Umstand uns die ganzen Save Games hops gegangen sind man weiß es nicht Fakt ist die Synchronisierung über Giants funktioniert aktuell hinten und vorne nicht vielen Dank auch an der Stelle an Giants anstatt ständig irgendwelche neuen Mods und DLCs reinzubringen solltet ihr euch lieber mal um die Bugs kümmern und zwar schleunigst ja weil ganz ehrlich der 19 da hatte nicht ansatzweise die Fehler die der 22er Zeit und vor allen Dingen ist es ja so es interessiert den Scheiß ob das behoben wird oder nicht das ist ja noch viel schlimmer dabei so jetzt gucken wir mal einmal hier auf meine YouTube Liste wir sind aktuell wir haben heute den 25. heute sind erschienen das da ist das letzte so dann kommt und hier nochmal eine Folge Oberlausitz das sind 27. was sind denn das für Tage das sind jeweils Mittwochs Folgen und die Oberlausitz habe ich auch noch mal am 4.10 das wäre dann nächste Woche Mittwoch schon wir haben dann die Premiere von der Burgenland Kreis am 29.9 ja wir haben Mühlenkreis Mittelland könnte funktionieren weil ich das im Singleplayer mache hier hatten wir jetzt am Montag es ist aktuell keine Galgenberg mehr vorhanden es ist keine Lieber Winkel mehr vorhanden ob die ganze Grütze wieder funktioniert so dass wir gut Oberlausitz ist ist dann meine Geschichte ist aber auch so eine Sache inwiefern das ganze dann wieder früher oder später funktionieren wird deswegen wenn die nächsten Folgen ausfallen sollten dann haben wir können wir das nicht verantworten also wir haben es nicht zu verantworten wir können es nicht ändern haben die Landwirtschaft Simulator schon neu installiert und so weiter und es funktioniert einfach nicht wenn man ein bisschen nachgoogelt dann findet man Probleme mit dem Authentifikationsserver bei Giants und so weiter der die Daten nicht richtig übermittelt und dieses ganze Einwahlsystem was die seit dem 22er haben das ist einfach nur der größte Schrott des Jahrhunderts früher gab es verschiedene Server wenn ihr dann auf dem ich sag jetzt mal Deutschland Server nicht klar kam es dann bist du eben auf den Russen Server gegangen oder was weiß ich wo die alle standen das hat dann mehr oder weniger auch funktioniert man kam irgendwie an aber hier so du hast keine Chance was passiert das kann ich euch zeigen also hier wie gesagt sollten keine Folgen kommen ihr wisst woran es liegt es passiert folgendes ich habe jetzt vor fünf Minuten gestartet die Galgenberg weil ich dort Modifikationen prüfen wollte ich habe den Landwirtschaft Simulator hier gerade frisch installiert von daher wird er die Galgenberg erkennen so da ist er auch er sagt auch alle Mods sind da mal abgesehen davon dass er sie auch nicht anzeigt keine Chance da irgendwie drauf zu kommen sondern gehe ich auf Start hier ist das entsprechende Passwort dafür drin es konnte keine Verbindung zum Multiplayer Spiel hergestellt werden das ist dann das Ergebnis davon ich kann euch jetzt nicht zeigen wie ich den den Ordner auf dem DDI ändere weil darauf habe ich den OBS jetzt nicht eingerichtet dass er quasi auf dem gleichen Rechner aufnehmen könnte aber dann würde auch hier stehen hier wäre ein Ausrufezeichen wahrscheinlich und hier würde weiterhin stehen Galgenberg 2.0 Foodplus obwohl wir eventuell die Lieberwinkel auf dem Server am Start haben ein riesen Problem im Moment wir müssen gucken wie es da weitergeht ähm ich kann es im Moment tatsächlich nicht sagen wir müssen es erst mal so hinnehmen ich werde das jeden Tag probieren Oberlausitz werde ich auf jeden Fall versuchen dass ich da irgendwie drauf komme ich habe noch keine Ahnung wie eventuell im eigenen Multiplayer da ist übrigens das gleiche Problem wenn ihr ein Multiplayer erstellt seid ihr quasi der DDI Server und stellt das auf der Giants Plattform zur Verfügung und auch dort habe ich schon mehrfach gelesen dass die Leute sich dort einfach nicht einloggen können dass der Server nicht gefunden wird wie auch immer also hier ist ganz klar Giants gefordert diesen Bockmist den sie da wirklich mal wieder verzapft haben das ist ja nicht das erste Mal zu beheben hoffen wir mal das Beste ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit freue mich wenn ihr trotzdem weiter am Start bleibt und bis dahin erstmal ciao ciao macht's gut bis dahin tschüss bis dann 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 bis